Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für serbische Bohnensuppe. Serbische Bohnensuppe Pazuli ist eine serbische und slowakische Fasulova-Poljevka-Suppe und wird gerne als Vorspeise oder Beilage zu Fleisch- und Fischgerichten gereicht. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. 400 Gramm getrocknete weiße Bohnen, 1 Esslöffel Mehl, 1 Esslöffel edelsüßer Paprika, Chilischote, 1-2 Zwiebeln, frisch gemahlener Pfeffer, Salz, 2-4 Knoblauchzehen, 2-4 Esslöffel Olivenöl, Wasser. Folgende Utensilien werden benötigt. Messer, Schneidebrett, Topf, Pfanne. Zubereitung Die Bohnen über Nacht in Wasser einweichen lassen, gegebenenfalls heißes Wasser nehmen, sie sollten gut bedeckt sein. Am nächsten Tag das Wasser auswechseln und die Bohnen ca. 10 Minuten leicht köcheln lassen. Zwiebel, N- und Knoblauch pellen und würfeln, Chili vorbereiten und fein würfeln. Das Öl erhitzen und Chili, Zwiebelwürfel und Knoblauch anschwitzen, dann das Paprikapulver kurz mitrösten. Das Mehl dazugeben und eine hellbraune Einbrenne herstellen. Danach die Bohnen mit dem Wasser dazugeben und 60 bis 180 Minuten köcheln lassen, bis die Bohnen weich sind. Wenn die Suppe zu dick wird, noch etwas Wasser zufügen. Mit Salz und Pfeffer, eventuell auch mit Tomatenmark würzen. Als Beilagen eignen sich Weißbrot, Knäckebrot, Brezeln, Vollkornreis, Naturreis, Krautsalat, Weißkäse z.B., Feta, Bajaspeje o.a. Diese Varianten gibt es. Eine beliebte Variante in Serbien ist die Zugabe von geräucherten Rippchen oder Speck. Wem es schmeckt, der kann auch Wurstscheiben, Rind- oder Lammfleisch hineingeben. Wer es lieber mildwürzig mag, verwendet anstatt Chili mehr Paprikapulver und kocht eventuell gewürfelte Karotten mit, ein paar Lorbeerblätter mit Kutschen. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!